Es hört nicht auf. Letztes Mal kam der Economy Patch 2.0 und jetzt kam direkt wieder ein Patch raus mit neuen Inhalten. Denn es gibt neue Kreisverkehre. Vorher kannte man ja nur den, den, den oder den. Und jetzt seht ihr, es gibt dekorierte Kreisverkehre. Einmal mit einem Baum. Da ist er. Dann mit einem Busch. Dann gibt es Baum und Büsche. Das ist auch sehr, sehr cool. Dann Baum mit Beleuchtung. Hier sind so zwei Scheinwerfer dran. Ein großer Kreisverkehr mit Baum und Büschen. Dann haben wir noch einen Betonkreisverkehr mit ein paar Büschen. Sehr großer Kreisverkehr mit Bäumen und Büschen. Und dann haben wir noch einen sehr großen Kreisverkehr mit Beton, Hecke und einem Baum. Und was auch neu ist, was vielleicht vorher gar nicht aufgefallen ist, aber in Kreisverkehren entstehen jetzt, oh Moment, entstehen jetzt auch Zonen. Das war vorher halt nicht der Fall. Und je nachdem wie groß sie ist, auch umso mehr. Und was auch noch lange überfällig war, ihr könnt jetzt das Alter der Bäume bestimmen. Also wenn ihr einen Baum setzt, könnt ihr sagen, ob das ein Setzling ist, jung, ausgewachsen oder alt. Das sieht dann bei dem Hickory zum Beispiel so aus. Setzling, jung, ausgewachsen und alt. Weil ich fand es vorher immer mega ätzend, dass wenn man immer Bäume gesetzt hat, die einfach immer nur so ausgesehen hat und man dann irgendwie gefühlt zwei Jahre warten musste, bis sie groß waren. Und für den Landschaftsbau gab es auch noch ein paar Neuerungen. Ihr habt nämlich jetzt Oberflächen. Insgesamt elf Stück, womit ihr dekorieren könnt. Und das Tool ist so cool. Achtet mal drauf. Das ist besser als so ein Pinsel, den wir sonst immer hatten bei City Skyland 1. Jetzt ist das eine Asphaltfläche oder hellen Asphalt, gepflichter Rasen, noch ein Rasen. Dann gibt es noch Pflasteroberfläche, Pflasteroberfläche 2, Sandoberfläche, Sandoberfläche 2, Kacheloberfläche 1, Kacheloberfläche 2 und Kacheloberfläche 3. Mit der Sandoberfläche ergibt das jetzt viel mehr Sinn, wenn ihr Beach Properties habt. Also es war ja vorher ein DLC, mittlerweile ist es aber im Hauptspiel integriert. Das war aber auch echt eine Frechheit, dafür Geld zu verlangen. Aber so ist es jetzt richtig cool. Weil dann können die jetzt auch endlich Ufergebäude mit Sand machen, wo das mitten in der Stadt jetzt nicht so gut aussieht. Aber am Ufer würde es sich halt voll lohnen. Dann gibt es noch 26 neue Servicegebäude-Variationen. Es gibt jetzt einen kleinen Wasserturm. Eine neue kleine Klinik. Eine städtische Feuerwehr. Ich finde, die passt viel besser in die Stadt als diese riesige. Oder hier diese kleine. Dann gibt es drei neue Schulgebäude. Die kleine Grundschule, die man auch upgraden kann. Die kleine Sekundarschule, ebenfalls upgradbar. Das ist voll geil jetzt, dass man die einfach überall setzen kann, ne? Hier eine Straße wäre da eigentlich cool. Und die städtische Sekundarschule. Warte mal, die hat jetzt wenig Platz. Ich packe die mal kurz hier hin. Da gibt es auch noch eine Erweiterungsetage. Und ein Dach-Sportpark. Das ist ja voll cool. Und da passen schon 1200 Schüler rein. Dann gibt es zwei neue Polizeistationen. Die kleine Polizeiwache. Und die städtische Polizeiwache. Und die städtische könnt ihr auch noch upgraden. Mit einem Hubschrauber-Landeplatz. Dann gibt es jetzt neben dem normalen Postamt auch noch ein kleines Postamt. Das ist viel cooler, gerade wenn man so einen Vorort baut. Auch upgradbar. Und dann gibt es noch sechs neue Haltestellen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die alle neu waren. Weil ich habe irgendwie sieben jetzt hier stehen. Gibt die kleine Busstation. Der kleine Bahnhof. Mit upgradbaren Fahrkartenautomat. Den mittleren Bahnhof. Mit ein paar Stationsdienstleistungen und Fahrkartenautomaten. Dann gibt es die erhöhte U-Bahn-Station. Die oberirdische U-Bahn-Station. Mit Stationsdienstleistungen. Dann die kleine oberirdische U-Bahn-Station. Und die kleine erhöhte U-Bahn-Station. Aber wie krass ist das denn? Die Parks kommen auch nicht zu kurz. Ihr habt fünf neue Parkgebiete. Den winzigen Stadtpark. Einen Ringpark. Einen Durchgangspark. Und einen Heckenpark. Und schaut mal, man kann jetzt auch die Parks einfach anschließen. Ja, zumindest manche. Aber das ist ja auch ein anderer Weg hier drin, ne? Und dann gibt es noch sechs neue Parkplätze. Ohne Witz, das haben wir echt gewünscht. Da gab es so wenig Variationen. Jetzt haben wir noch den Motorradparkplatz. Einen winzigen Parkplatz. Einen bescheidenen Parkplatz. Alter, die Namen, ne? Einen überdachter Parkplatz. Dann ein langer Parkplatz. Das ist auch sehr cool. Und ein breiter Parkplatz. Und dann gibt es noch vier neue Fahrzeuge. Einen neuen Mülllaster. Das sollen die normalen sein. Und das hier müsste der neue sein. Ein Kipplaster. Dann gibt es noch einen Schneeflug, der aus dem Straßenwartungsdepot kommt. Den zu zeigen wird jetzt allerdings schwierig, weil auf der Map schneit es leider nicht. Und deswegen kommt hier gerade auch kein Schneeflug raus. Soll aber auch ein amerikanischer Schneeflug sein. Dann gibt es noch einen neuen nordamerikanischen Passagierzug. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Einfach 9-Euro-Ticket. Leider kann man bei Zügen noch nicht so einfach den Wagen wechseln. Ich denke mal, der kommt dann je nachdem welches Map-Theme ihr ausgesucht habt. Und da gibt es noch einen neuen europäischen Zug. Das ist dann aber nur die vordere Zugmaschine, die neu ist. Weil der Frachtzug sieht halt immer so aus. Und neben dem neuen Content in dem Patch gibt es auch noch jede Menge Gameplay und UI-Fixes. Dann gibt es Änderungen beim Modding. Und dann noch ein paar generelle Infos. Weil hier gibt es auch noch Probleme, wenn man zum Beispiel Office-Gebäude löscht mit 5 Arbeiter drin. Dann verlassen die Arbeiter nicht die Stadt. Und um das Problem zu lösen, gibt es hier dann so eine kleine Anleitung. Also wie zum Beispiel die Steuer der Büros auf 30% erhöhen. Dann warten, bis alle Bürogebäude leer sind. Das dauert knapp einen Monat. Und nach dem Monat kann man dann wieder die Steuer auf den regulären Wert erhöhen. Und dann, oder senken besser gesagt von 30 dann wieder runter. Und dann sollen neue Büros einziehen. Kann aber auch ein bisschen was dauern, bis Büronachfrage dann wieder steigt. Ich kann mir aber vorstellen, dass das Probleme sind, die auftreten, wenn man halt eine Stadt übernimmt und keine neue anfängt. Wie genau sich das verhält, werde ich aber noch herausfinden, indem ich auch nochmal ein neues Projekt anfange. Und ich hoffe, dieses kleine Info-Video hat euch gefallen. Alle weiteren Sachen findet ihr in der Videobeschreibung. Also alle detaillierten Patchnotes und alle Fixes. Wer das mal genau durchlesen möchte, findet ihr in der Videobeschreibung. Und wer sich überlegt, das Spiel zu kaufen, da ist auch ein Link in der Videobeschreibung, wo ihr das Spiel relativ günstig bekommt. Deswegen guckt einfach mal rein und bis zum nächsten Part. Tschüss!